Du hast ja erzählt von Laura, was kann sie besser als du? Aussehen auf jeden Fall. Männerherzen bezirzen. Naja, aber es klappt, das harmoniert echt gut. Wir haben ein super gutes Verhältnis. Sie ist cool, sie ist schlagfertig, also ich komme sehr gut mit dir aus. Also das Gegenteil von dir. Die war jetzt nicht schlecht, aber das müssen die anderen dann entscheiden. Okay, aber jetzt schon mal ein Einschaltgrund. Ja, auf jeden Fall. 100% Bundesliga. Ab Montag, 22.10 Uhr bei Nitro.